Der November endet weiß. Ich finde es super geil. Ich habe im November auch super viel erlebt. Ich war in Hamburg, habe dort das Harry Potter Theaterstück gesehen. Ich habe von Freddie MacFarlane, wenn sie wüsste, fertig gelesen. Ich habe die Tintenwelt eventuell beendet, eventuell auch nicht. Ich habe auf jeden Fall ein kleines Problemchen, von dem ich euch erzählen wollte damit. Und ich habe von Unit Merchant Schweig angefangen, das hätte ich noch nicht beendet. Wenn euch das alles interessiert, dann bleibt auch gerne dran. Viel Spaß. So, liebe Leute, das erste Buch, was ich in diesem Monat gelesen habe, beziehungsweise beendet habe, ist von Freddie MacFarlane, wenn sie wüsste. Und das, Leute, ist ja wirklich mal ein Thriller, der genau so ist, wie ein Thriller sein sollte. Es ist eine einfach normale, also, was heißt schon normale Handlung? Es ist jetzt halt nicht so eine 815-Bildlesermäßig-Zeitung. Es ist einfach eine Handlung, in der seltsame Dinge passieren. Wir haben hier Millie, die gerade aus dem Knast gekommen ist. Wir wissen gar nicht, warum sie da genau war. Sie war da zehn Jahre lang drin. Und jetzt fällt es ihr dementsprechend auch relativ schwer, einen neuen Job zu finden. Und jetzt hat sie allerdings einen als Hausmädchen bei der Familie Winchester. Die besteht aus Nina und Andrew, die beiden Eltern von... Wie heißt die denn, die Kleine nochmal? Keine Ahnung, das Kind ist auf jeden Fall eine absolut verzogene Kackbratze. Und auch Nina, die eigentlich Millie auch noch relativ freundlich eingestellt hat, wird sehr, sehr Arschloch-mäßig, weil sie einfach sehr unfreundlich wird. Und Millie auch teilweise Dinge unterstellt, die sie einfach nicht gemacht hat. Sie wird so richtig, richtig fies. Und man fragt sich so, was zur Hölle, was soll denn das? Und Millie fragt sich auch so, warum wurde ich hier überhaupt eingestellt? Erstens, wenn ich erstens die ganze Zeit beleidigt und beschimpft werde. Und zweitens, warum ist hier so krass viel Unordnung? Und warum macht Nina das eigentlich nicht alles selbst? Sie arbeitet ja gar nicht. Es ist also irgendwie schon ein sehr unangenehmer Arbeitsplatz für sie. Und dann ist Andrew der Einzige, der wirklich nett zu ihr ist. Das ist so die Ausgangslage. Und ja, ich finde es gut gemacht, weil es einfach, ja, sage ich mal, damit relativ lange losgeht, um diese Situation erstmal so zu beschreiben. Da kommen ultra viele Situationen, die beschrieben werden. Gefühle und Momente. Also es sind wirklich mal einfach Menschen, die wir hier begleiten. Es ist spannend gemacht und trotzdem gefühlvoll und Momente-haltig, Situationen-haltig sozusagen. Das finde ich super gut gemacht. Und dann kommt irgendwann auch meine unerwartete Wende sozusagen, die, also zumindest ich, nicht erwartet habe, sage ich mal. Ich glaube, so ging es aber vielen anderen auch. Und ja, aber das ist halt auch eine gute Wendung. Es ist nicht irgendwie so 0815-mäßig Plot Twist, um das Plot Twist zu willen. Es ist einfach eine gute Wendung. Und dann bleibt es auch dabei. Dann muss das nicht noch 50 Mal nochmal gewendet werden. Diese eine Wendung reicht. Klar, es kommen noch mehr Dinge ans Licht sozusagen, aber es muss nicht 50 Mal mit der Wahrnehmung des Lesers gespielt werden. Das Ende an sich fand ich richtig gut. Also allerdings muss ich auch sagen, es kam dann doch sehr plötzlich und unerwartet auch und nicht so hundertprozentig motiviert, meiner Meinung nach. Also irgendwie so halbert schon, aber auch irgendwie dann ein bisschen übertrieben vielleicht. Das Ende Ende dann, also quasi so der letzte Satz, fand ich super geil. Aber auch nur, wenn man es nicht zu ernst nimmt tatsächlich. Also es ist so richtig cool irgendwie. Bam. Oh mein Gott. Crazy. Aber wenn man es halt irgendwie so richtig ernst nimmt und über die Story dann und über den Charakter nachdenkt, dann denkt man sich so ein bisschen, okay, ja weiß ich jetzt nicht, ob das so viel Sinn macht. Das ist halt irgendwie ganz cool. Das ist so, ja. Insgesamt hat es mir einfach sehr gut gefallen, das Buch tatsächlich. Es hat Spaß gemacht, das zu lesen. Einfach wegen der Situation, wegen der Momente, auch wegen des Charakters von Millie sozusagen. Wenn man allerdings diesen Charakterzug sozusagen, diesen Part der Story des Charakters mag, dann wird man schon sehr viel Spaß haben bei dem Buch. Aber beim Ende wird man sich ein paar Dinge dann doch irgendwie fragen. So, hä? What the fuck? So, ehrlich. Aber spannungsmäßig ist es auch sehr gut gemacht. Es ist nicht langweilig, auch wenn es relativ langsam sozusagen erzählt wird für den Thriller. Und trotzdem, also was heißt trotzdem? Es hat mir einfach Spaß gemacht, das zu lesen. Das Ende war gut. Man sollte es dann nicht zu ernst nehmen. Die Charaktere sind gut. Am Ende vielleicht ein bisschen, hm. Aber hat mir insgesamt sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt kommen wir zum nächsten Buch. Ja, liebe Leute, ich war in Hamburg. Ich habe mich dort mit zwei anderen Bookstergrammern getroffen. Der lieben Steffi von, das lesen sie ich und Thomas, der Buchhändler. Ich habe beide mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut gerne mal bei den beiden vorbei. Steffi macht ja gerade das King-Projekt. Sie liest alle Bücher von Stephen King. Aber in der Reihenfolge, wie sie erschienen sind, was ich für eine super coole Idee halte. Weil das ja bei Stephen King Büchern durchaus Sinn macht, die auch so zu lesen, wegen der ganzen Querverweise aufeinander. Schaut gerne mal vorbei. Auch beim lieben Thomas. Beide sehr sehenswert. Genau. Und wir haben uns natürlich nicht einfach nur so getroffen. Wir haben uns in Hamburg das Theaterstück Harry Potter und das verwunschene Kind angeschaut. Leute, was habe ich bitte für eine Geschichte mit dieser Geschichte? Ich habe das Buch damals, als es 2016 rausgekommen ist, direkt gekauft und gelesen. Ich habe sogar das Ganze auf Englisch gelesen. Nicht, weil ich so krass gut Englisch spreche oder lesen kann, sondern einfach, weil ich zu faul war zu warten oder zu ungeduldig zu warten, bis die deutsche Fassung rauskommt. Das hätte noch ein paar Monate, glaube ich, gedauert. Und dann habe ich mir halt das gekauft. Harry Potter and the Cursed Child. Ich habe es gelesen, an einem Nachmittag durchgelesen. Ich habe es auch verstanden vom Englischen her. Das weiß ich auch noch. Aber ich fand die Geschichte super dämlich. Und das sage ich als großer Harry Potter Fan. Aber da geht es ja mir nicht als einzigen so. Ich muss nicht alles aufführen, warum das jetzt so dämlich war. Es kamen einfach Dinge vor, die ich für sehr unwahrscheinlich in dieser Welt gehalten habe. Es hat sehr viel um Zeitreise gehandelt. Also Zeitreise, aber die komplett alle Regeln, die J.K. Rowling in Band 3 von Harry Potter quasi aufgestellt hat, wieder über Haufen geschmissen hat. Und deswegen fand ich dieses Buch einfach dämlich. Ich fand es einfach, es hat mir keinen Mehrwert gegeben. Und jetzt kam das Interessante. Ich habe deswegen auch tatsächlich nie das Stück gesehen, weil ich gedacht habe, ich habe die Handlung gelesen und da finde ich dämlich, wozu sollte ich das Stück schauen. Und dann hat Phil von Filz und Sophie tatsächlich zu mir gesagt, weil ja, du musst das Stück trotzdem sehen. Es ist trotzdem ein Spektakel. Es ist trotzdem unglaublich faszinierend zu sehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, da muss ich es mal sehen. Ich habe mir den Thomas und die Steffi geschnappt und wir haben es uns angeschaut. Und ich kam raus und war so, wow. Einfach wow. Einfach wow. Es ist natürlich, genauso wie Phil gesagt hat, super faszinierend, das Ganze anzuschauen. Wir haben hier ein Theaterstück über Zauberer und du denkst wirklich, da stehen Zauberer auf der Bühne. Ohne Witz, da ist jemand auf der Bühne, nimmt viel Safttrank und verwandelt sich vor unseren Augen in eine andere Person. Und das hat natürlich nochmal einen ganz anderen Impact, als wenn du sowas in einem Film siehst. Oder wenn Dementoren auftauchen und nicht auf der Bühne bleiben, sondern über die Menschenmenge hinweg schweben. Jesus, ich hatte Angst, ich hatte Gänsehaut. So real hat sich das angefühlt, weil du nicht irgendwie dir sagen kannst, ja, das ist ja nur auf dem Bildschirm. Und so, das ist ja nicht real. Natürlich, du kannst ja auch im Theater sagen, das sind nicht wirklich Dementoren. Aber das sagt ja auch nur dein Verstand. Weil alles, was du siehst, sagt dir, Jesus, die sind da wirklich. Und die saugen dir vielleicht wirklich gleich deine Seele aus. Also, Leute, das war wirklich, wirklich so gut gemacht. Einfach toll. Aber das Allerbeste war, dass ich durch dieses Theaterstück die Handlung nochmal so viel besser finden konnte. Und das zeigt mir einfach nochmal, klar, fürs Marketing war das natürlich ein Superstreich von denen, dass sie das Ganze als Skript noch veröffentlicht haben. Aber ich finde, es hat der Story nicht gut getan, dass ich dieses Skript gelesen habe, bevor ich das Theaterstück gesehen habe. Weil diese Story einfach nur auf der Bühne funktioniert. Ich bin auch wirklich dafür, dass das Ganze nie verfilmt wird. Dass das Ganze auch nicht als Roman erscheinen wird. Und ich hoffe, dass es genau so bleibt, wie es ist. Weil nur auf der Bühne kann ich ihm auch die kleinen Ungereimtheiten verzeihen. Auf der Bühne habe ich gemerkt, dass das Ganze tatsächlich eine sehr interessante Story, einen interessanten Storypart hat. Nämlich, dass Harrys Sohn jetzt, 19 Jahre nach den Ereignissen von Harry Potter, nach Hogwarts kommt. Er findet es aber nicht cool dort. Und das ist der Unterschied, den Harrys Sohn zu Harry hat. Und für Harry, oder in den Harry Potter Büchern, sag ich mal, fanden wir Hogwarts gemeinsam mit Harry einfach super. Hogwarts war der Place to be, wo man sein will. So magisch und toll. Und dann kommt aber Harrys Sohn nach Hogwarts. Und er ist halt der Sohn von dem großen Harry Potter. Und man merkt bei diesem Theaterstück einfach komplett. Und man fühlt es auch, wie scheiße das für ihn ist. Im Skript, ganz ehrlich, ist das schon auch rübergekommen. Aber ich habe es nicht gefühlt. Ich war so, ja, toll, okay. Dann kommt halt Harrys Sohn nach Hogwarts. Und, ah, toll, ja, okay. Ihm geht es halt nicht so gut da. Und noch dazu freundet er sich einfach mit Scorpius Malfoy an. Also dem Sohn von Draco Malfoy. Wie geil ist das bitte? Die beiden Kinder von Harry Potter und Draco Malfoy freunden sich an. Wie cool ist das bitte? Und ich finde, auch Harry hat hier einen sehr coolen Charakter-Arc. Also Harry Potter kommt tatsächlich auch viel vor, der, ähm, ja, das nicht ganz verstehen kann natürlich. Wie sein Sohn diesen super tollen Ort, ähm, eben nicht so super toll finden kann. Und er macht ein paar blöde Sachen tatsächlich. Aber es ist nicht so, wie andere vielleicht sagen würden, das würde Harry so nicht machen. Ich finde doch, das, ich finde das passt. Ich finde das, das passt, dass er da einfach auch so ist. Und das sich natürlich auch entwickelt und Ups und Downs hat oder so. Aber das macht auch einen Charakter aus. Und das finde ich einfach einen coolen, ähm, einen coolen neuen Plot. Diese Idee, dass Harrys Sohn es in Hogwarts nicht so cool findet, wie es Harry fand. Und dass die beiden dadurch einen ziemlichen Konflikt miteinander haben. Also die streiten sich ziemlich krass. Und das ist eine coole Story. Und dann kommt natürlich die Hauptstory mit dem Bösen und so. Also, ähm, eine Zeitreise wird gemacht. Ja, J.K. Rowling hat dafür alles über Bord geworfen, was sie an Zeitreiseregeln quasi aufgebaut hat. Aber wie gesagt, dadurch, dass das nicht irgendwie ein wirklicher Achter Roman ist, sondern einfach ein Theaterstück, das vordergründig auch darum geht, dem Ganzen nochmal zu huldigen, zu zeigen, hey, schaut mal, was wir können. Wir können hier in Real Life auf der Bühne zaubern. Und schaut mal, wir haben hier eine eigentlich ganz coole Character-Story über Harrys Sohn und Harry, die Beziehung zwischen den beiden, so. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Spektakel drumherum eingebaut, das nochmal dazu führt, dass wir nochmal ein bisschen in die Vergangenheit schauen können und nochmal ein paar Sachen aus den Harry-Potter-Büchern reliven können. So, dafür finde ich das okay. Da kann man das schon mal machen. Man kann, ich finde, man kann sowas dem Ganzen auch mal verzeihen, weil wir alle wissen, dass es eine ausgedachte Story ist. Und mein Gott, es gibt auch genügend andere Plotholes in den Harry-Potter-Büchern. Ganz ehrlich. Und da kann man sowas machen. Das Einzige, was ich tatsächlich bei diesem Theaterstück nicht so gut fand, war der Character of Snape. Ja, Snape kommt vor. Und Snape, ich finde, also, ich fand es cool, weil er kam auf die Bühne und du wusstest sofort, es ist Snape. Er hat Alan Rickman tatsächlich auch ziemlich gut imitiert. Ich finde, das hätte er auch gar nicht machen müssen so sehr. Es wirkte vielleicht ein bisschen auch aufgesetzt. Was mich aber viel mehr gestört hat an diesem Character war, dass er sich halt sowas von nicht wie Snape aufgeführt hat. Er war viel zu freundlich. Und ja, wir wissen, dass Snape ein Doppelagent ist, dass er nicht komplett auf der bösen Seite ist. Aber er ist trotzdem ein Arschloch. Er ist trotzdem jetzt kein lieber Typ. Und das ist genau der Part, der sich halt eben damals beim Lesen von dem Skript auch für mich schon angefühlt hat, als hätte es halt so ein 13-jähriges Mädchen geschrieben, was ich denke, oh mein Gott, Snape ist so missverstanden. Oh mein Gott, er ist so ein lieber Kerl. Er hat die ganze Zeit nur versucht zu beschützen. Und jetzt, und das wirkt halt, nicht authentisch, finde ich. Das wirkt auch auf der Bühne tatsächlich nicht ultra authentisch. Aber das ist nur ein kleiner Part. Alles andere drumherum fand ich super cool gemacht. Es war eine schöne Story. Man sollte sie nicht zu ernst nehmen. Es ist halt einfach ein Theaterstück, wo es, wie gesagt, hauptsächlich darum geht, zu zeigen, einfach ein spektakuläres Stück auf der Bühne zu zeigen. Deswegen funktioniert das Ganze auch nur auf der Bühne und nicht nur als Skript. Wenn ihr euch fragt, solltet ihr das Skript vorher lesen? Nein. Die Antwort lautet, nein. Ihr solltet das nicht vorher lesen. Ich wünschte mir, ich hätte es vorher nie gelesen. Denn wenn ihr einfach das Stück anschaut, ist es eine spektakuläre Show mit einer netten, kleinen Story, die einfach ganz nett ist für Harry-Potter-Fans. Jetzt nichts Ultra-Krasses, aber ganz nett anzuschauen in diesem spektakulären Stück. Okay, Leute, ich komme jetzt mal gerade auf die Farbe der Rache zu sprechen. Ich habe im letzten Monat noch mal die ersten drei Bände da von dieser Reihe, die vor 20 Jahren geschrieben wurden, gereadet sozusagen, beziehungsweise die Hörbücher noch mal angehört. Und jetzt den neu erschienenen Farbe der Rache, den vierten Band von Cornelius Funke, Tintenwelt-Reihe. Und ich tue mir schwer, was darüber zu sagen, weil, also, immer wenn ich darin lese, genieße ich es. Es ist super cool, dass dieser Schreibstil immer noch genauso magisch, bildlich und poetisch und metaphorisch ist, wie es in den ersten drei Bänden auch war. Hier wird dem Ganzen überhaupt kein Abstrich getan. Auch die Story ist keine Fortsetzungs-Story, so, oh mein Gott, alles passiert noch mal. Es ist eine coole, innovative, neue Story. Es ist eine coole Idee, sich die Frage zu stellen, ja, haben Bilder vielleicht noch eine andere Macht als Worte? Und es ist cool zu sehen, diese Struktur in dem Ganzen, wie das wie in einem Theaterstück Orpheus hier diese Rache durchführt. Eine Rache an allen, die laut seiner Meinung scheiße zu ihm waren, ihm Unrecht getan haben, an denen rächt er sich. Und das ist super cool inszeniert, das ist echt gut gemacht. Auch die Charaktere sind tatsächlich alle genauso cool wie in den Storys davor. Orpheus als Hauptfigur, Staubfinger eben auch als Hauptfigur, auch der Schwarze Prinzen kommt wieder viel vor. Tatsächlich Maggie, Mo und Reza und so sind tatsächlich nicht die Hauptfiguren in dem Buch. Sie kommen am Anfang kurz vor, aber sind nicht die Hauptfiguren. Aber auch bei all diesem Lob, was ich darüber jetzt quasi gerade gesagt habe, finde ich es tatsächlich interessant. Ich bin jetzt, ich lese seit zwei Wochen da dran und ich bin auf Seite 150. Und ich kann euch nicht sagen, warum ich so unmotiviert bin, das weiterzulesen. Weil wie gesagt, es lassen sich diese ganzen coolen Sachen darüber sagen. Und ich weiß nicht, ob es irgendwas an dem Buch ist oder etwas an mir, was mich gerade so unmotiviert sein lässt. Ich habe beschlossen, das Ganze jetzt nicht abzubrechen, sondern zu pausieren. Das habe ich schon ein paar Mal bei Büchern gemacht, wo ich ein ähnliches Phänomen hatte, dass ich irgendwie gerade nicht motiviert war, ohne zu wissen, woran es liegt. Aber trotzdem sage, ich will es auf jeden Fall weiterlesen. Deswegen sage ich, ich pausiere es jetzt, werde auf jeden Fall was anderes erstmal lesen. Vielleicht finde ich dabei auch raus, dass ich gerade generell so in der Leseflaute bin. Ich weiß es nicht. Das muss ich halt rausfinden, wie gesagt. Vielleicht lese ich aber auch das andere und dann kann ich mich wieder hier drauf einlassen und dann lese ich das zu Ende und finde es wieder cool. So, wisst ihr, wie ich meine? Das hatte ich, wie gesagt, schon bei anderen Büchern auf jeden Fall, wo ich dann diese Pause gemacht habe und danach war ich wieder drin und es ging gut weiter so. Und deswegen bin ich ganz optimistisch, dass das hier auch so sein kann. Also ich möchte es nochmal betonen, es gibt hier nichts, was mir an diesem Buch nicht gefällt. Nichts, was ich irgendwie benennen kann, keinen Finger drauf legen kann. Es ist wahrscheinlich etwas an mir gerade. So, das kann man vielleicht auch so sagen, aber das, wie gesagt, möchte ich rausfinden. Ich finde, es gibt keinen Grund, dieses Buch nicht zu lesen. Wenn ihr die vorherigen drei Bände cool fandet, dann könnt ihr es auf jeden Fall versuchen, das hier zu lesen, weil es an sich schon eine coole Story ist. Jetzt kommt erstmal die Pause und ich wünsche euch viel Spaß mit dem nächsten Buch, was ich lese. Und möglicherweise wird dann die nächste Tinten-Besprechung erst im nächsten Lesemonat kommen. Also höchstwahrscheinlich, weil dieser Monat hier hat nur noch eine halbe Woche oder so. Niemals werde ich das in diesem Monat noch fertig lesen. Aber klickt gerne auf Abonnieren, dann werdet ihr das auch nicht verpassen. Und jetzt erstmal viel Spaß mit der nächsten Buchbesprechung. Okay, Leute, der letzte Part von diesem Monat November. Wir haben, also ich habe kein ganzes weiteres Buch mehr ausgelesen, aber noch das Buch Schweig von Judith Merchant angefangen, begonnen. Ich bin, beziehungsweise, ja, ich bin schon knapp über die Hälfte auf jeden Fall. Und das sehr schnell wieder. Es hat mich schon sehr in den Bann gezogen. Ich weiß noch nicht genau, was das jetzt über die Farbe der Rache aussagt. Das werde ich noch offen halten für den nächsten Lesemonat. Ich plane schon im nächsten Monat dann die Farbe der Rache noch zu Ende zu lesen. Aber ich glaube, dass ich jetzt Schweig einfach so gut fand, dass es nochmal ein Thriller, der schnelllebig ist. Das zieht einen auf jeden Fall natürlich nochmal mehr in den Bann. Die Farbe der Rache ist halt schon eher ruhiger, auch wenn natürlich viel passiert, so, gar keine Frage. Und vielleicht, das ist so eine Idee, die ich jetzt schon mal hatte, vielleicht liegt es mit der Farbe der Rache das Ganze daran, dass ich jetzt halt schon sehr lange in der Tintenwelt war in letzter Zeit. Ich habe die anderen drei Bände nochmal durchgelesen und ich bin jetzt nicht der allerriesengrößte, krasse Geek von der Tintenwelt. Ich finde das alles eine coole Story. Ich finde den Schreibstil cool so und so weiter. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich nicht genug kriegen kann von der Tintenwelt. Und deswegen, vielleicht hatte ich auch erstmal genug jetzt und brauche so ein bisschen eine Pause. Und wenn ich es jetzt nächsten Monat vielleicht nochmal versuche, dann wird das Ganze schon gut gehen. Jetzt wiederum lese ich, wie gesagt, Schweig von Judith Merchant. Und das ist ein echt guter Thriller. Also es hat richtig gut auch angefangen tatsächlich mit so einem kleinen Gedankenmonolog sozusagen von weiß nicht wem. Das weiß man einfach nicht. so ein bisschen nach dem Motto, ja, hey, wenn du eine Schwester hast, dann hast du diese Schwester und du hast alle Probleme mit ihr und du kannst nichts dagegen tun. Du könntest sie ignorieren, aber dann hast du immer noch eine Schwester, die du halt ignorierst. So, du kannst deine Schwester umbringen, dann hast du eine tote Schwester. Du kannst dich selber umbringen, aber dann hast du eine Schwester, die sehr traurig sein wird um deinen Tod. So nach dem Motto. Und das fand ich richtig einen krassen Einstieg schon mal. Und zumindest bis jetzt, knapp über die Hälfte, ist das Ganze fast schon ein Kammerspiel. Also es spielt eigentlich die ganze Zeit in diesem verlassenen Haus von der Schwester unserer Hauptfigur. Oder ja, ich würde schon sagen, Ha, wobei ist es schwierig zu sagen. Ich würde sagen, Esther ist die Hauptfigur, weil es aus ihrer Perspektive angefangen hat. Aber ich glaube, wir sind gar nicht die meiste Zeit in ihrem Kopf, weil wir sind auch viel im Kopf von Sue. Das ist die Schwester von Esther. Die Schwester von Esther, lustig. Und Sue wurde, oder hat sich von ihrem Mann getrennt vor einiger Zeit, einigen Jahren und lebt jetzt alleine in ihrem verlassenen Haus im Wald. Und Esther hat einen Mann, und Kinder wohnen so ganz normal, sage ich mal. Und Esther ist der Überzeugung, ihrer Schwester geht es nicht gut. Und die hat psychische Probleme. Sie ist irgendwie vielleicht sogar verrückt. Und irgendwie haben die auch kein gutes Verhältnis. Aber Esther ist halt der Meinung, hey, das ist meine Schwester. Und als Geschwister gehören wir einfach zusammen. Und ich kann sie auch nicht komplett links liegen lassen. Und deswegen besucht sie sie mindestens einmal im Jahr eben. Oder eigentlich nur einmal im Jahr, kurz vor Weihnachten. Um ihr halt ein Geschenk zu bringen. Und jetzt beginnt es halt damit, dass sie auf dem Weg dahin ist und ihnen ein Geschenk bringen will. Und dann lernen wir auch Sue kennen. Und das ist halt total interessant, weil du in beiden Köpfen bist und dann immer auf der Seite von der Person bist, in deren Kopf du gerade bist. Und du weißt echt gar nicht, was du glauben sollst. Weil erst glaubst du, Sue, die Schwester von Esther, ist irgendwie die Verrückte. Dann glaubst du, oh mein Gott, vielleicht stimmt ja doch irgendwas mit Esther nicht. Das ist super gut gemacht, super intelligent gemacht. Das stellt so ein ganz krasses Familienbild auch auf. Also ich finde, Familie und so dieses gesellschaftliche Bild von Weihnachten vielleicht auch so, ist so dieses Hauptthema von diesem Buch. Darum geht es total viel. Ich finde die Charaktere super interessant, weil die beide ihre eigenen Ansichten haben und das clasht total aufeinander. Aber trotzdem kann Esther nicht von ihrer Schwester lassen, die aber eigentlich nur ungestört sein will und gar keinen Bock auf sie hat. Und das ist super gut. Und man fragt sich halt die ganze Zeit, was steckt da dahinter? Was ist da vorgefallen? Wie kam es zu diesem Verhältnis? Und so ganz langsam dröppeln da halt Infos rein. Nicht in Form von irgendwelchen Plotwists, das gefällt mir so gut, sondern halt, wie es im Leben halt so ist. Man kriegt halt neue Erkenntnisse sozusagen über die Dinge. Wenn du durchs Leben gehst und irgendwas Neues erfährst, dann wird auch nicht ein großer Dan-Dan-Dan-Sound von oben aus dem Off reingespielt oder so. Oder du bleibst groß erschrocken stehen. So ist es halt irgendwie authentischer und normaler sozusagen. Und so ist es in diesem Buch auch. Und das finde ich so gut. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es ausgehen wird. Tatsächlich. Ich freue mich darauf, das zu Ende zu lesen. Und ja, ich würde sagen, das war es jetzt von diesem Lesemonat, November. Der November ist auch schon wieder rum. Das ist so krass. Der hat auch gerade erst angefangen. Naja, es ist hier gerade, by the way, richtig krass am Schneien. Es ist wirklich nonstop am Schneien. Es schneit alles zu. Ich finde es super cool. Ich freue mich jetzt auf den Dezember. Ich freue mich auf Weihnachten und so. Ich freue mich auf Silvester, auf das Ende vom Jahr. Das alles werdet ihr auch in meinem Lesemonat Dezember dann tatsächlich so ein bisschen miterleben können. Ich plane auch ein bisschen einen Jahresrückblick zu machen. Ich habe das die letzten Jahre allerdings immer als extra Video gemacht. Möglicherweise werde ich das dieses Jahr einfach so ein bisschen in den Lesemonat Dezember einbauen. Und ich glaube nicht, dass ich dafür ein extra Riesenvideo machen muss. Wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, also sowohl wie es mit der Tintenwelt weitergeht bei mir, als auch mit Schweig, wie es damit weitergeht, als auch mit meinem Jahresrückblick, dann klickt gerne auf Abonnieren. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und seid gespannt. Stay tuned. Und wir sehen uns im Lesemonat Dezember. Bis dahin. Ciao.